Alex, Rap-Portage Deutschrap ist ein Scherz, über den man mal gelacht hat, bis man festgestellt hat, dass er ernst gemeint war. Mein Name ist Syrah und ihr habt hier genau richtig eingeschaltet. Wenn ihr Bock auf Deutschrap habt, Comeback des noch sehr jungen Jahres. Prinzporno wurde heiß diskutiert von vorne bis hinten und wieder zurück. Diese ganzen Gedanken habe ich natürlich mit euch geteilt. Das Ganze könnt ihr gerne auf www.rapblog.com nachvollziehen. Und genau deshalb stelle ich euch in jeder Episode der Rap-Portage eine hörenswerte Dame vor. Über das Rappen als Frau habe ich mit Lumara gesprochen. Ich würde mich gerne mit anderen messen, aber mit Frauen, die gerne Eier hätten, kannst du vergessen. Ich meine, wo ist euer Flo? Reportage Sonntags um 14 Uhr live im Alex-Radio und danach als Podcast auf www.rapblog.com Wenn ich schraube mit meinem Besten Wenn ich schraube mit meinem Besten Euer Juno